Alter, ey, jeder ist mal... Setz dich direkt vor, mir bremst du dich voll aus. Ich bin schon zweitemagig. Im Prinzip sind sie ja mehr oder weniger selber schuld. Ja gut, aber ich muss... ich fahr hinterher, ich würde aufpassen, weißt du? Ja, ja. Aber... er lässt ja Aktion hier dann, Bruder. Einmal wechseln, ne? Nicht zweimal. Aber die Reifen machen dann nie mehr Lange bei denen. Da kann ich so frisch hin. Aber mit Holiday distribution. Sie ist ganz, irgendwie.... live, also habe ich... oder habe ich gesagt nicht... Ihr하다 ist tatsächlich... interpretations sind, interessant aussieht... Was ist das? Was ist das? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Es ist mein Kühnein, denn wir. Untertitelung des ZDF, 2020 Nice one, that was the fastest lap of the race Yeah, yeah Ab der 10. Runde kriegt er seine Probleme Martin hab ich durchgelassen Warum soll er sich mit Kevin streiten? Ja Weil er macht ihn jetzt nur so, weißt du? Die Reifen lassen danach, dann kann ich vielleicht auch vorbei Stimmt Okay, he's crazy Lied ihn up and squeeze fast Oh, ich will jetzt vorne irgendwo Aufpassen, ich hab mit Omega ein paar Pfeifen touchiert noch Mit Kanten Könnten wir War jetzt nur einer Ein Haufen Keine Ahnung Oh, schade Endlich hinter Stahlauge dran, ey Das zieht da rechts rüber und dann auf einmal wieder links vor mich. Das zieht da rechts rüber und dann auf einmal wieder links und dann auf einmal wieder links. Maki ist vorbei. Maki ist vorbei. Maki ist vorbei. Maki sind auch Platz von der Aufholjagd. Maki ist vorbei. 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 Ja, 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 ja Es ist nicht klar. Your lap time's a little bit inconsistent, focus on those braking markers, stay sharp, you can do it. It looks like your best opportunity to overtake is under braking for the slow corner, try and slipstream past him on the straight. You can see how long it is, the back come already. We're running for time to go ahead. A 2.02, you're a bitch. It's more or less than a rhythm. Es sieht aus, dass die beste Möglichkeit zu übernehmen ist, dass die Frequenz in die Slow Corner geht.